Hallo und herzlich willkommen in der Kanzlei von Rechtsanwalt Irfan Durdu in Bottrop. Als Ihr Ansprechpartner für rechtliche Belange, vertrete ich Ihre Interessen sowohl außergerichtlich als auch vor Gericht. Die Beratung kann auf Wunsch auch auf Türkisch erfolgen. Die Anwaltskanzlei Durdu bietet Ihnen kompetente und umfangreiche Beratung in unterschiedlichen Rechtsgebieten an. Dazu gehören Arbeitsrecht, Familienrecht, Strafrecht und Verkehrsrecht. Kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Sie.